Analytische Evaluationen werden gerne in frühen Projektphasen verwendet und wenn keine Kapazitäten für aufwendige Nutzer- oder Usability-Studien vorhanden sind oder benötigt werden. Analytische Evaluationen der HCI unterscheiden sich von empirisch nicht nur darin, dass sie keine objektiven Daten erheben, sondern sie werden auch in bestimmten Verfahren von internen oder externen Gutachtern und den sogenannten Reviewern-Experten in ihrem Feld durchgeführt. Reviewer können Entwickler, Prozessanalysten oder sogar unabhängige Tester sein. Viele Markt- und Usability-Institute setzen sehr erfahrene Experten für analytische Evaluationen ein, um Projekte während ihrer Planung zu optimieren. Allen analytischen Bewältigungsmethoden haben eines gemeinsam. Sie konzentrieren sich nicht nur darauf, den aktuellen Stand der Entwicklung kritisch zu hinterfragen, sondern auch zu bestimmen, wie Design und Implementierung gezielt verbessert werden können. Im Folgenden schauen wir uns den Cognitive Walkthrough an, der besonders in frühen Phasen der Systementwicklung eingesetzt wird. Die Lernziele dieses Blogs sind zu verstehen, wie der Cognitive Walkthrough als analytische Bewertungsmethode fungiert. Wir wollen versuchen zu verstehen, wann und wie Cognitive Walkthroughs eingesetzt werden können. Wir lernen die Stärken und Schwächen dieser Evaluationsmethode kennen. Der Cognitive Walkthrough ist ein Review- bzw. Gutachten-basiertes Verfahren. Im Expertengutachten überprüft eine kleine Anzahl von Usability-Experten ein Produkt oder einen Prototypen auf der Grundlage festgelegter Usability-Standards und Richtlinien. Ein Gutachten identifiziert die wichtigsten Usability-Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten eines Produkts. Den Experten-Evaluationen gemein ist, dass Sie nicht nur danach fragen, wie gut oder wie schnell wichtige Aufgaben erledigt werden können, sondern auch, wie man eben die existierenden Prozesse besser macht. Dabei wird ein Gutachten informell auf der Basis eines Protokolls geführt und das wird auf Konsistenzhinweise geprüft, bis kleinere und größere Probleme so weit klar identifiziert wurden. Jede Evaluation mit Hilfe von Experten kann qualitativ als auch quantitative Daten erzeugen. Qualitativ stützen sich Designer von Evaluationen auf qualitative Daten, weil sie dadurch deutlich mehr Informationen bekommen. Das können Videos von Nutzer sein, aber auch Bildschirmaufzeichnungen oder externe Beobachtungen. Ganz oft analysiert man auch anekdotische Hinweise oder fragt gezielt nach bestimmten Gebieten, in denen häufige Probleme auftreten. Es werden häufig verwendete Navigationssystem-Prinzipien beispielsweise angemessen verwendet. Ist die Struktur der Anwendung verständlich, können Formulare intuitiv ausgefüllt werden, beispielsweise eine Suchfunktion an der richtigen Stelle platziert und für die Aufgabe überhaupt geeignet. Expertengutachten können aber auch zusammengefasste quantitative Daten beinhalten. Es können Logdateien sein von Nutzeraktion, eine History über den Aktionsverlauf oder Metriken wie die Geschwindigkeit oder die Anzahl der Fehler. So können weitere Informationen für das Gutachten hilfreich sein. Der Cognitive Walkthrough ist von Clayton Lewis ausgedachtes Verfahren. Es ist ein strukturiertischer, analytischer, bewertungs- und formativer Simulationsprozess, der in Form von einer Fragenliste, von einer Liste von Fragen, Experten bei der Erledigung von Aufgaben begleitet. Es handelt sich um eine Liste von Fragen, wobei Clayton klar offen lässt, wie die Fragen aussehen sollen, denn die hängen klar auf dem Projekt ab. Aus diesem Grund muss der Designer oder das Design-Team selbst zunächst die eigenen Aufgaben, die der Experte erlösen sollte, ausführen, die Fragen klar definieren und selbst beantworten können, wobei die Designer die Anwendungen eine Art Komplettlösung vorliegen haben. Und dann werden ein oder mehreren Experten eingeladen, die dann in diesem Cognitive Walkthrough durchlaufen. Das Ziel ist es, den Prozess bis zur Problemlösung zu begleiten und die Fragen zu bewerten. Wenn ein Bewerter beispielsweise einen bestimmten Schritt keine Probleme erwartet, muss er dieses Urteil allerdings auch rechtfertigen. Wenn Probleme erwartet werden, sollten sie beschrieben und entsprechende Verbesserungsmöglichkeiten genannt werden. Der Cognitive Walkthrough ist also vordefiniert, teilweise sehr detailliert ausgearbeitet, mentaler Durchlauf, der besonders in frühen Projektphasen angewendet werden kann, wenn das Projekt noch nicht so groß ist. In frühen Phasen von der Systementwicklung ist es eben möglich, Aufgaben in dem Maß granular zu zerlegen, wie das in einem klassischen Fragen-Set im Cognitive Walkthrough vorgesehen ist. Was passiert dabei? Am Anfang wird festgelegt, was für die Experten bereitgestellt wird. Der Praxisprozedur besteht aus einer ausführlichen Vorbereitung und der eigentliche Durchlauf, wobei bei der Vorbereitung fragen wir, wer die Benutzer eines Systems sein werden, sind es hochspezialisierte Arbeiter, Laien einer allgemein genutzten Software. Welche Aufgaben wollen wir die Experten durchgehen lassen? Wie ist die Reihenfolge der Aufgaben? Ist sie korrekt oder wird die spätere Nutzer ganz anders vorgehen? Im eigentlichen Durchlauf fragen sich die Experten dann, werden die Benutzer versuchen, die Aufgabe korrekt durchzuführen? Sind sie in der Lage, den eigentlichen Effekt zu erzielen? Wird der Benutzer feststellen, dass die richtige Aktion irgendwo zu finden ist? Wird der Benutzer die richtige Aktion mit dem zu erzielenden Effekt überhaupt verknüpfen können? Weiß der Benutzer überhaupt, dass seine Aktion Erfolg hatte? Und wenn die richtige Aktion ausgeführt wird, wird der Benutzer feststellen, dass Fortschritte bei der Lösung überhaupt der Aufgabe erzielt wurden. Jede Aktion oder jeder Schritt, welcher zum Erreichen des Tasks notwendig ist, wird also präzise aufgelöstet. Und das Besondere ist, dass es mit einem Fragenprotokoll, jetzt je nach Clayton, auch so gemacht wird, warum eine Aktion erfolgreich war oder warum das Ziel bekannt ist. Diese Methode stellt sozusagen sicher, dass ein Schritt, der für die Experten als selbstverständlich wahrgenommen wird, auch von späterer Nutzung verstanden wird. Beispielsweise die Position für das Expertenprotokoll in einem Cognitive Walkthrough können die Beschreibungen des unmittelbaren Ziels des Benutzers sein, das ist meistens so. Dann können die erste oder die nächste atomare Aktion aufgelistet werden, die logische Konsequenz einer vorhergehenden Aktion. Ist die Aktion dann verfügbar und jetzt jedes Mal wird gefragt, ist es, warum ist es so oder warum ist es nicht so? Wie die Antwort lautet? Ist die Aktion zielgerichtet? Warum, warum nicht? Wie greift der Benutzer auf die Beschreibung der Aktion zu? Gab es Probleme beim Zugreifen? Wie greift der Benutzer auf die Beschreibung mit der Aktion verknüpfen? Gibt es ein Problem beim Verknüpfen zwischen Aktion und Beschreibung? Sind alle anderen verfügbaren Aktionen weniger geeignet? Wie führt der Benutzer die Aktion aus? Und wenn eine Zeitüberschreitung beispielsweise darauf tritt, ein Timeout im Englischen muss der Benutzer vor der Zeitüberschreitung entscheiden. Wenn die Aktion ausgeführt wird, wie lautet die Systemantwort? Und wie Sie sehen, ist dieses Protokoll extrem genau, recht formal und unmittelbare Reaktionen wie beispielsweise Emotionen des Nutzers? Die werden nicht dokumentiert oder adressiert. Eine Aufgabe in einem Cognitive Walkthrough könnte sein, laden Sie ein Video hoch auf einer Webseite und dann ist natürlich die Frage, wie sehen die einzelnen Aktionen aus? Die erste Aktion könnte sein, klicken Sie oder suchen Sie den Upload-Button. Wenn die erste Frage, die sich hier stellt, ist, ist er sichtbar? Ist er verfügbar? Die nächsten beiden Aktionen ist entweder den Titel oder die Beschreibung für die hochgeladene Datei einzugeben. Und bei der Beschreibung wäre beispielsweise die Frage, ob das überhaupt notwendig ist. Auch hier muss jetzt die Datei auf dem Rechner ausgewählt werden. Was ist, wenn der Nutzer einfach links rein kopiert? Dann muss es einen sichtbaren Start-Upload-Button geben. Der muss sichtbar sein oder disabled, solange keine Eingaben möglich sind. Also kein Hochladen möglich ist und aktiviert werden können, geklickt werden können, sobald es der Fall ist. Und Sie sehen, das sind schon recht granulare Eigenschaften, die so ein Cognitive Walkthrough liefern. Was passiert, wenn die Datei hochgeladen wird? Gibt es dazu ein Feedback? Beim Bestätigen des Hochladens gibt es ein automatisches Video-Playback. Wie bekommt der Benutzer Bescheid, dass das Video jetzt verfügbar in einer Form hochgeladen wurde? Und es können natürlich unendlich mehr Aktionen sein, die darauf folgen. Aber hier sieht man eine recht sehr detaillierte Auflistung dieser Taskterlegung. Ein anderes Beispiel, kündigen auf der Deutschen Bahn, kündigen eine Bahncard, kündigen auf der Deutschen Bahn Website. Eine wahnsinnige Herausforderung. Ich klicke hier durch das Webinterface der Deutschen Bahn, versuche natürlich mich anzumelden, um auf meine Zugangsdaten zu kommen. Komme hier schon irgendwie eine Abo-Online-Falle rein, dann versuche ich mich weiter durch das Interface zu klicken, Versuch eine unterschiedliche Selektion herauszuwählen. Und interessanterweise war die eigentliche Option, einer völlig anderen Stelle zu finden, nämlich auf der Webseite unter Bahncard und Services verwalten. Und hier gab es tatsächlich ein Kündigungsformular. Das Beispiel zeigt ganz deutlich, dass wie ein Cognitive Walkthrough auf einer Webseite mit einem bestimmten Task aussehen kann. Sie lassen relativ viele Möglichkeiten zu und je nachdem wie viele Möglichkeiten entstanden sind, muss dokumentiert werden, was alles schiefgegangen ist. Trotzdem hilft der Cognitive Walkthrough bei solchen Fragen ganz klar in frühen Entwicklungsphasen wichtige Fehler zu vermeiden und die Vorteile sind, dass er schnell und einfach durchgeführt werden kann. Offensichtliche Fehler macht er ziemlich schnell sichtbar. Es gibt aber auch einige Nachteile. Das Problem beim Cognitive Walkthrough ist, dass der Durchlauf und die Umgebung, in der die Aufgaben durchgeführt werden, künstlich ist. Das ist kein realistisches Szenario. Der Evaluator kann den Benutzer nicht richtig objektiv einschätzen. In fortgeschrittenen Entwicklungsstadium ist das Verfahren nur durch seine hohe Granularität, ist durch seine hohe Granularität recht unflexibel und erzeugt sehr viel Aufwand. Es können nicht alle Probleme aufgedeckt werden. Niesner hat beispielsweise 15 von 18 Problemen in seiner Stichprobe genannt. Und es gibt auch keine Erfahrung, es gibt auch keine Protokollierung der Benutzererfahrung, wie beispielsweise die Emotionen oder die Zufriedenheit der Benutzer in dem Augenblick. Es ist also relativ unwahrscheinlich oder relativ unbrauchbar, dass ein Cognitive Walkthrough sinnvoll zur Evaluation von beispielsweise Computerspielen eingesetzt wird. Und auch für komplexes Systeme findet der Cognitive Walkthrough wenig Eignung. Ein paar Referenzen. Ich empfehle die Literatur von Louis und Kathleen Warton.